Was ist das für ein Kreis? Wie klein ist der? Was ist mit euch? Wieso seid ihr so blöd? Was versucht ihr so? Macht doch mal einen größeren Kreis. So, wir fangen jetzt an. Der Gewinner bekommt 1,5 Millionen. Ihrejenigen kennt ihr, glaube ich. Sammo sagt, wenn ich das sage, dann macht ihr das. Wenn ich das nicht sage, dann macht ihr das nicht. Ihr haltet alle die Fresse. Jeder, der sich ab jetzt bewegt, ist direkt tot. Ja, da werden schon die ersten eliminiert, die ich mitbekommen habe. Okay, macht mal alle die Hände hoch. Oh Mann, was für Idioten. Ich kann jetzt nicht alle töten, aber ich versuche die meisten. Ja, zu spät, mein Minister. Okay, macht jetzt die Hände hoch. Ich habe gesagt, macht die Hände hoch, seid ihr dumm. Hört ihr mich nicht? Ich habe gesagt, nicht bewegen. So. Keiner hat was von unten gesagt. Mach mal Platz hier, hier bitte, damit ich nach hinten ziehen kann. Ja, ja, mach du mal Platz. Ja, wolltest du auch ein bisschen Platz machen? So. Sammo sagt, alle Hände hoch. Alle Hände runter. Oh, der falsche. Sammo sagt, jeder macht eine 180-Rat-Drehung. Ja, guck du mal. Okay, guckt mich alle an. Ich werde mich angucken, die Idioten. Okay, Sammo sagt, macht eine 360-Grad-Drehung. Oh, die Leute sind so bloß. Ja, mein Bester. Was ist denn deine Mission? Wir können gleich auf jeden Fall mit dem richtigen Sammo anfangen, wenn wir ein bisschen weniger sind. Okay, alle gucken mich an. Okay, mach mal die Hände hoch. Sammo sagt, Hände hoch. Sammo sagt, Hände runter. Sammo sagt, Hände hoch. 180-Grad-Drehung. Okay, Hände runter. Okay, Sammo sagt, guckt mich alle an. Und macht die Hände runter. So, könnte man die Lücke hier schließen, bitte? Ja, mein Bester. Oh, da habe ich den Fall nicht erwischt. Das sind leider die Risiken, die das Ganze mitbringen. Es kann ja sein, dass ihr dementsprechend missverständlicherweise eliminiert werden könntet. Aber das geht leider dazu. Okay. So, mein Bester. Sammo sagt, macht die Lücke dazu. So, Sammo sagt, nehmt alle eure Waffen raus, die ihr eine Waffe haben. Sammo sagt, zieht alle auf die Person gegenüber. Die Hände runter, Sammo sagt, Hände runter und auf die Person gegenüber ziehen. Gegenüber. Und nicht neben. Gegenüber habe ich gesagt. Wie sieht das aus nach gegenüber? So. Jetzt ein Schuss. Sammo sagt, ein Schuss. So, wir müssen aufräumen. Da hat es leider ein paar erwischt. Würde ich mal den ganzen Dezember haupten. Kurze Reinigung. Kurze kleine Pause. Die Leichen müssen kurz weg transportiert werden. So. Macht mal hier die Lücken zu, Jungs. Schuss. So. Sammo sagt, ein Schuss. Okay. Pack die Waffen weg. Waffen wegpacken, bitte. Keiner hat gesagt, irgendwas vom Bewegen. So. Sammo sagt, alle Waffen weg. So. Schließ mal die Lücken, bitte. Sammo sagt, macht einen Kreis. Schließ die Lücken. Ja, Officer. Was ist denn los? Wann verbrüchst du die Leute? Hm? Officer, komm mal zu mir. Der Officer hier kommt zu mir. Warum trägst du die Leute? Keiner hat gesagt, dass ihr euch bewegen dürft, ja? Okay. Macht alle die Hände hoch. Ah, okay. Uh. Komm freiwillig. Oder ich muss jetzt schießen. So. Der mit der rote Mütze. Komm mal zu mir. Wie war es denn, mein Bester? Ich habe gesagt, eben alle Waffen weg, ne? Waffe weg. Sammo sagt, macht euch alle nackig. Komplett. Ist ja schon mal cleaner, ne? Kann man besser mit arbeiten. Alles, alles. Sammo sagt, alles soll weg. Auch Schal, alles. Oh, ich glaube, da ist einer Flüchtling gegangen. Admin, das könnt ihr euch nicht unsichtbar machen. Oder seid ihr jetzt dafür zu blöd. So. Sammo sagt, alle Waffen weg. Was ist das Problem, Bruder? Zu blöd, um die sich auszuziehen? Ich helfe dir mal. Alle Hände hoch. Es müssen auf jeden Fall noch deutlich weniger werden, damit ich mit dem Richtigen anfangen kann. So, Sammo sagt, du kommst in die Mitte. Hier. Sammo sagt, du hier in die Mitte mit dem Roten. Sammo sagt, die Frau hier. Sammo sagt, hier. Ihr drei vor mir. Ja. Und hier zwei andere. Ja, in die Mitte. Sammo sagt, du hier auch noch in die Mitte. Und der mit der Mütze. Ich habe eben gesagt, alles ausziehen. Verdammte Scheiße. Sammo sagt, du noch in die Mitte. Hier. Der hier. In die Mitte. Es tut mir leid, aber Sammo sagt, ihr werdet jetzt gegeneinander boxfighten. Und es wird nur einer überleben. Und wer über die Grenze geht, beziehungsweise irgendwie hier raus geht, über diesen Kreis, ist automatisch tot. Also passt auf. Okay. Ah, stimmt. Wo machst du überhaupt ein falscher Mann? Stehenbleiben. Wer hat denn gesagt, dass wir schon... Abflug. Eben gesagt. Oh, scheiße. Den Fall ist in die Mitte. So, Sammo sagt, alle zurück. Alle zurück. Wir brechen das ab. Wir sind jetzt zu viele Leute gestorben. So. Der pinkhaarige kommt jetzt in die Mitte noch. Hier, du hier. In der Brille. Ja, genau. Komm mal mehr. So. Die Frau in die Mitte. Und wer hat denn gesagt, dass du reden darfst? Was sagst du denn da? Ich höre zwar nicht, was du sagst, aber was hast du da gesagt? Hm, hm. Hat jemand gesagt, dass du reden darfst? Aber wo, warum bewegen sich deine Lippen? Gleichberechtigung. Jesus, komm in die Mitte. Duda, komm in die Mitte. Sammo sagt, komm in die Mitte. Pass, geht zurück, geht zurück. Ja, geh mal. Hier, Zombie, komm mal in die Mitte. Sammo sagt, komm in die Mitte. Ich habe Zombie gesagt, lass uns das nicht. Zombie! So. Sammo sagt, fahren zu tanzen. Stoppen! Ah, okay, okay, okay. Hier, du kommst in die Mitte. Sammo sagt, geh in die Mitte. So. Alter, wie viel Blut hier ist einfach. Sammo sagt, hier, der Zombie geht auch in die Mitte. Sammo sagt, Ananas Kopf in die Mitte. Der weiß nicht, wer gemeint ist. So, Sammo sagt, auf drei feilt dir alle vier. Einer überlebt. Eins, zwei, let's go! Oh, f**k. Du hast überlebt. Du stirbst aber auch. Ich habe gesagt, auf drei. Ich habe zwei gesagt. Hat wohl jemand nicht zugehört. Es passiert halt leider ab und zu, dass ich mal den Falschen erwische. Da könnt ihr euch bei dem Projektleiter bedanken, da den Server nicht Warnshot gemacht hat und ich mir hier mit so einer scheiß Pumpkin spielen muss. Da tut es mir leider leid. Mit dem Pumpkin bin ich leider scheiße. Da könnt ihr euch natürlich bei der Projektleitung beschweren. So, macht mal hier die Lücken zu, mein Gott, ey. Lücken zu, habe ich gesagt. Okay. Abflug. So, Sammo sagt, macht einen Kreis. Alle Lücken zu. Alter, wie viel Blut. Perfekt. Es sind noch ungefähr 30, 60 Prozent ungefähr tot. So, alle Hände hoch. Wer hat gesagt, was für ein Bewegen? Ich habe gesagt, nicht bewegen. So, Hände hoch. Okay, Sammo sagt, Hände hoch. Sammo sagt, Hände runter. Sammo sagt, Hände hoch. Hände runter. Ah, ich habe einen gesehen, aber ich muss es nicht identifizieren. Okay, Sammo sagt, Hände nicht runter. Hände runter. Sammo sagt, nach hinten gucken. Sammo sagt, nach rechts gucken. Was geht, Omi? So, alle gucken mich an. Sammo sagt, 180 Grad Drehung. Und Sammo sagt, hinterher eine 360 Grad Drehung. Jetzt haben wir die meisten. Oh. Okay, 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 okay. Sammo sagt, guck mich an. Du hier kommst, in die Mitte. Hier, komm in die Mitte. Sammo sagt, komm in die Mitte. Geh zurück. Okay. Okay. Hörst du mich? Du sollst nicht reden. Ihr Weißharrer, komm in die Mitte. Sammo sagt, komm in die Mitte. Kannst du mich hören? Wird ja hoffen, wirklich. Geh zurück. Hier. Pinke Opa, komm in die Mitte. Sammo sagt, pinke Opa, komm in die Mitte. Worum redest du denn, mein Bester? Hat jemand gesagt, dass du reden darfst? Oder warum wegen sich deinen Lippen? Hm? Ja, dann will ich auch die Fresse halten. Hast du eventuell gerade Sachen gedroppt, die man nicht hören sollte? Ey, Opa mit Krugschock. Mach dich mal gerade. Was hast du für einen Gang am Unangenehm? So, Sammo sagt, fight gegeneinander in drei. Sammo sagt, drei, zwei, eins. Let's go. Ich hab gesagt, bei drei geht's los. Das letzte war eins. Oh, da hab ich wieder einen Fall schnell weg. Tut mir leid. So, langere Jesus, komm in die Mitte. Jesus, hörst du mich? Ey, du, da hörst du mich? Okay, Sammo sagt, ich schließe alle Lücken. Wir hatten eine Waffe. Mach mal die Hände hoch, die die Waffe haben. Alter, ihr kleine W***er, Mann. Ihr wollt, glaub ich, die 1,5 Millionen, hab ich das Gefühl, kann das sein. Du, mein Bester, was kaufst du dir mit der 1,5 Millionen? Hm? Sammo sagt, was haust du mit der 1,5 Millionen? Hm? Verstehe, verstehe. Deine Mutter willst du vom Anschaffeln endlich befreien? Ich verstehe. Interessant, interessant. Okay, ist auf jeden Fall ein guter Grund. So, mein Bester, was willst du mit der Kohle machen? Sammo sagt, was willst du mit der Kohle machen? Hm, hm, okay, okay, okay. Eine Spezial-Dildo-Anfertigung von mehreren Varianten. Verstehe. Hört sich interessant an. Wir hören die nicht. Ich höre die auch nicht, Bruder. Das ist doch das Ding. Denkst du, ich höre die oder was? Ich höre die auch nicht. Sammo sagt, ihr macht jetzt eine. Lass mich nicht lügen. Ihr macht eine 720-Grad-Drehung. Ja, das haben wir, hm? Bei Mathe nicht aufgepasst, ihr kleinen Schlawiner. So. Hände hoch. Sammo sagt, Hände hoch. Alle ziehen die Hose an. Sammo sagt, zieht euch alle an. Komplett. Hä? Glatzkopf. Genau hier. Oh, wie wollte ich denn, mein Bester? So, der hier kommt zu mir. Der mit der roten Maske. Sammo sagt, rote Maske in die Mitte. Sammo sagt, diese rote Maske auch in die Mitte. Sammo sagt, gelbe Schwannimütze in die Mitte. Sammo sagt, ihr möchtet gerne Amerikaner Maskierung in die Mitte. Sammo sagt, Ananas Schwannilecker in die Mitte. Bauchtasche möchtet gerne FFM Chiller in die Mitte. Und Sammo sagt, rothaariger Pimmel in die Mitte. Und hier der Officer noch in die Mitte. Okay, okay, okay. Sammo sagt, der Rest macht einen Kreis. Gleichmäßigen Kreis, bitte. Und Sammo sagt, die, die in der Mitte sind, in diesen Kreis rein. Was ist das denn für ein Kreis, verdammte Scheiße? Hier ist eine fette Lücke. Oh, ich glaube, es leben nicht mehr so viele. Ja, passt, passt. Scheiß drauf. So, meine Besten. Die in der Mitte, also nur die in der Mitte, ziehen sich jetzt komplett aus. Sammo sagt, alle in der Mitte ziehen sich komplett aus. Sammo sagt, alle, die in der Mitte eine Waffe haben, nehmen eine Waffe in die Hand. Messer, Sammo sagt, alle Waffe in die Hand in der Mitte. Ja, Jungs, das tut mir jetzt aber leid. Aber wer kein Messer dabei hat, ist leider gef***t. So, ihr macht jetzt alle gegeneinander. Bei drei, der, der verkackt. Also verkackt man besser. Einer überlebt. Eins, zwei und drei. Let's go. Sammo sagt, stopp. Jetzt war es einmal du. Du warst das auch. Und du warst das. So, der Rest in die Mitte. Jetzt wohl gern. So. Ihr zwei, pack mal Messer weg, Brudy. Ihr zwei. Ja, pack mal. So, mein Bester. Kannst du das Messer nochmal wegpacken? So, mein Bester. Sammo sagt, ihr werdet jetzt einen Falk machen auf drei. Also, der, der den anderen tötet, stirbt. Okay. Sammo sagt, eins, zwei, drei. Let's go. Ja, mein Bester. Muss mal zuhören, ne? Abflug. So, jetzt machen wir es anders. Sammo sagt, alle vor mir an die Wand in einer Reihe. Kein Kreis mehr. Ich werde jetzt alle wieder hören. Jetzt wollen wir mit der richtigen Part hier an. Sammo. Ja, du da, Red mal. Red. Hallo. Hamza. Hey, du H*** Sohn. Schmeiß den hier in den Müll. Mach doch mal eine Reihe, Digga, Alter. Ja, habe ich was gesagt vor dem Reden? Was sagst du zu deiner Verteidigung? Das ist ein H***. Abflug. Morgen Abend, deine Mutter und Oma zusammen. Mach die Gummis klar. Die Frau, du bist ein bisschen weiter hinten. Geh mal in die Lücke rein. Ja, da geh mal. So. Der Chief, komm mal in die Mitte. Ich bin Chief. Bist du der Chief? Also, noch leichter kannst du es zumindest machen. Was war deine Mission, mein Bester? Kannst du dich dazu äußern? Hast du nochmal gerettet. Hast du nochmal gerettet. Und wenn ihr diese Zahl sagt, stirbt ihr, ja? Werde euch jetzt noch 1 bis 10 eine Frage stellen. Wenn ihr meine Zahl sagt, seid ihr tot. So. Samu sagt, welche Zahl habe ich? 3. Was? 3. Was ist das denn für eine Stimme? Okay. Samu sagt, welche Zahl habe ich? 5. Welche Zahl habe ich? 4. Welche Zahl habe ich? 3. Welche Zahl habe ich? Jesus. Samu sagt, welche Zahl habe ich? 9. Samu sagt, welche Zahl habe ich hier mit Maskierung? 10. Samu sagt, welche Zahl habe ich? 8. Brille, welche Zahl habe ich? 1. Pornlocke, welche Zahl habe ich? 3. Chief, welche Zahl habe ich? Samu sag, Chief, welche Zahl habe ich? 1,25 Hemd, welche Zahl? Brille, welche Zahl? Okay Welche Zahl habe ich? Okay, mach die Lücken zu Sofort Samu sag, Lücken zumachen Meine Zahl hat noch keiner erwischt Samu sag, Rota, welche Zahl habe ich? 9 Samu sag, welche Zahl habe ich hier? 7 Welche Zahl habe ich mit der Mütze? Samu sag, welche Zahl habe ich? 3,7 Okay, Brille, welche Zahl? Samu sag, welche Zahl hier? Samu sag, welche Zahl? Hallo? Samu sag, welche Zahl? Dauert mir zu lange Samu sag, welche Zahl? 2 Na, da haben wir die doch Das war die 2 Mein Gott, ey Schließ die Lücke Lücke schließen Alter Wie viele Menschen hier gestorben sind So, meine Besten Samu sag, schließ die Lücke 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Okay, Samu sag, sucht euch alle einen Partner Der, der keinen Partner findet, stirbt Peter Peter, bleib hier Ey, Bruder, Jesus Bei Jesus Bei Jesus Oh Ja, knall mich ab Ja, komm, Pass, geh zurück Danke dir Ja So, Samu sag, was ist mit dir? Abflug So, Samu sagt Alle in einer Reihe So Ich brauche jetzt ein Auto Samu sagt Im Auto sind nur 4 Plätze Das heißt Dass nur 4 Leute sterben werden Die letzten, die drin sind Haben halt verkackt Samu sagt Bei 3 geht's los 1, 2, 3 Let's go Nein Ich hab reingeschissen So dumm Ey, Samu bitte, bitte Ey, ihr beide geht auch rein Ihr beide geht rein Rein mit euch Bitte, bitte Samu Ja, meine Besse Bitte, bitte, ey, Samu Ab geht's Ab geht's Ab geht's Samu, bitte, bitte, bitte Ab geht's Abflug Da wart ihr wohl zu gierig, ihr kleinen Schlingel Macht ihr Lücken zu meinen Westen So, Samu sagt Lücken zu In einer Reihe Und Samu sagt Nicht hinten Position weg von der Treppe Also, vor mir Hallo, Herr Officer Ich hab gesagt Alle vor die Treppe Nicht auf die Treppe stellen Samu sagt Treppe Hier hinstellen So Hier die Lücke ausschließen Wenn's geht So, meine Besten Samu sagt Ihr 4 In diese Ecke Ihr 4 Ich hab's Komm, wir warten noch ein bisschen Nero, Alter, was geht's? Nero, das einzige Mal, dass du auf dem Spar bist Das ist jetzt Komm, du musst mitmachen, Neid Komm Okay Nero, komm mal zu mir Du machst mit mir mit Ich hab Schlechtes Internet Hörst du mich? So halb, ja Hallo Oh Mann Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Stell mal noch ein Fahrzeug hin Was für rotes, grünes Licht Ich hab meine eigene Rande Wie der 0850 Was macht das? Ja So, wie viel sind wir? 4, 4 Oh, das passt perfekt Das passt perfekt So, hört mir jetzt genau zu Ihr tote Täubchen Das sind zwei Autos Ein Auto Wird eben markiert Ich werde gleich euch Den Countdown sagen Und ihr werdet euch Jeweils 4, 4 Ins Auto setzen Ein Auto Ist das Auto Wo alle verrecken werden Nein, lass den Schwarzen nehmen Also, wenn ihr das falsch erwischt Seid ja alle tot So Bei 3 geht's los Samo sagt Sucht euch ein Autos bei 3 Nero Nero, warst nicht eben tot? Du hast bei 3 gesagt Samo sagt 1, 2, 3 Let's go Nero, ich vertraue dir nicht So, wer hat das Richtige gewillt? Ist jetzt die Frage Nero, was ist denn los? Plattern die Eier Plattern die Eier, Nero Kling das hin, Jungs So, dann wollen wir uns mal aufdecken Abflug Ab ins Leichthaus So, Jungs Ihr könnt aussteigen Wir machen weiter mit euch Ja, ich steig mal aus Achso Ah, nein Hat es gesehen Okay, die restlichen zwei steigen aus Samo sagt Steigt weiter aus Wir sind die Letzten So Ein Finale Ein denkwürdiges Finale Samo besser Ich wusste irgendwie, dass sie ins Finale kommen Ohne Spaß jetzt Aber jetzt fliegt nicht her So, Samo sagt Beide steigt ein Und Samo sagt Gegenüber positionieren Auf dem Kreis So, hört mir mal zu Samo sagt Samo sagt Samo sagt ist ab jetzt vorbei Ihr müsst auf Samo sagt nicht mehr hören Okay Seht euch gegenüber Nero, Mann Verpiss dich doch Nero, was soll denn die Scheiße Jetzt hört mir zu Ihr werdet bis drei spielen Also der erste Der dreimal runtergeflogen ist Beziehungsweise den anderen dreimal runtergeflogen hat Hat gewonnen Ja Okay Also es können maximal fünf Runden sein Bei drei geht's los Eins Zwei Und drei Let's go Ab geht die Post Oh shit Das kann jetzt aber ein bisschen dauern Der Ballerwagen dreht Oh Oh shit, Mann Oh Okay, Mann 1-0 für den 1-0 für den Oh, der ist schon wieder Runde zwei beginnt Eins Zwei Und drei Let's go Oh, der Rote macht ein Gunback Oh shit, Mann Der Rote macht ein Gunback Oh, verdammte Scheiße Der Rote hat ein Gunback gestartet 1-1 Guck mal, Nero mit seinem Flugzeug Arme, Nero ist er Scheiße, Mann 1-1 Ey, mein Bester Ja, ja Packst du das? Der oben ist ein bisschen Oberhochnäsig Der denkt, der wird das easy schaffen Zeig sie mal jetzt Ja, Wala Ich gebe mein Bestes, Bruder Schwer Der meinte, du wärst voller Pisser Und du wärst keinen Gegner für den Dass der dich jetzt auseinander nimmt Alter Das würde ich mir nicht gefallen lassen Jetzt gebe ich ihn Smart Action, Bruder Okay, mein Bester Es geht los bei drei 1 2 Und drei Und drei, let's go Wir werden gewinnen Oh shit, Mann Der Rote macht ein Gunback Oh, oh, okay Ah, schade, schade Der Blaue wird wahrscheinlich Rote, du musst, du musst Du musst was anderes versuchen Nein, du Idiot Nein Oh, verdammte Scheiße Oh, mein Gott Der hat den gef***t Bruder, was war das? Der hat dich genommen Was war das? Oh, mein Gott Ja, gelückt hat er Sagen sie alle So, positioniert euch Die Kameras laufen auch schon mit den Helikoptern Matchpoint für den Roten 2-1 für den Roten Du mein Bester Hast du noch irgendwelche Worte Bevor du eventuell verlieren könntest? Ich werde nicht verlieren, Bruder Du wirst nicht verlieren? Das wäre jetzt nicht zufällig Ich bin mal gespannt Ich bin gespannt Was sagst du, Rote, dazu? Was ist, was ist? Was willst du jetzt tun? Was denkst du, wie das jetzt verlaufen wird? Bruder, ich werde mein Bester geben Okay, mein Bester Ich glaube an dich 1,5 Millionen Geht dir Los, Haze Okay, Mann Macht euch bereit Bei 3 geht's los 1 2 Wartet Wartet Zurück lang Geht's direkt 3, let's go Verdammte Scheiße Er hat verkackt Oh, nein Er hat verkackt Oh, Scheiße Er hat auch am Anfang Die Bremse gerückt Der Idiot Hätte gesagt Idiot 2, 2 Da es 2, 2 steht Tritt die Sonderregel in Kraft Man muss halt mit 2 Punkten gewinnen Also wie im Tischtennis Ihr müsst mit 2 Punkten Abstand gewinnen Also da steht jetzt 2, 2 Ihr müsst jetzt 3, 2 Dann 4, 2 Also verlängerung mäßig Ihr könnt nicht mit 1 Punkt gewinnen Ihr müsst mit 2 Punkten Vorsprung gewinnen So, meine Besten In Position bringen Bei 3 geht's los 1, 2, 3 Let's go Oh, verdammte Scheiße Was machst du denn? Oh, verdammte Scheiße Oh, mein Gott 3, 2 So, positioniert euch Matchball Was ist deine Mission? Matchball für den Äh, für den Blauen Also verdammte Scheiße Was machst du? Bruder, keine Ahnung Ich bin 3, 2 Du darfst dich nicht verlieren Nein Ich gebe dir Taktik Ich gebe dir Taktik Versuch erstmal geradeaus zu fahren Und dann ihm erstmal auszuweichen Von rechts Weißt du was ich meine? Ja, ja, ja Und danach gibst du dem so ein Kombo Okay? Ja, ja, ja Jetzt haben wir ein besser Wünschen mit Glück Sag ehrlich Ja, 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 okay Alles gut Der meint Der wird jetzt da hinten bleiben Und dann wird er dich locken Und danach wird er dich runterfahren lassen Also pass auf Ja, okay Es geht los Macht euch bereit Es geht los Eins Zwei Und drei Let's go Das Finale Oh verdammte Scheiße Er nimmt die Leiter Er nimmt die Leiter als Schütze Oh verdammte Scheiße Oh 3, 3 Er hat einen Kommen weggemacht Jawohl, Alter Du hast es drauf, mein Bester Ich hab doch gesagt Ich hab doch gesagt Gute Taktik, ne? Ja, ja, ja So, meine Besten Macht euch bereit Es geht los 3, 3 steht es Nero Nero ist zu blöd Um zu fahren So Wer wird gewinnen? Eins, go 5 Millionen Eins Zwei Drei Oh verdammte Scheiße Der Rote Macht wieder Druck Oh Verdammte Scheiße Okay, okay, okay Oh Oh Er nimmt die Leiter Die Leiter hat ihn gerettet Oh Er hat ihn genommen Er hat ihn genommen Er hat ihn genommen Ich hab dir gesagt, Bruder Wegen meiner Taktik Sei ehrlich Ja, ja Natürlich Jetzt hab ich Manche nennen es Glück Manche nennen es Das Schicksal hat ne Wendung Matchball für den Weißen Ich würd gern euch noch mal kurz Separat befragen So, mein Bester Was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht Willst du den Sieg holen, mein Bester? Ja, Bruder Ja, ja, ja 100% 100% Komm Mach Ich geb dir ein Rat Ich geb dir ein Rat Ja, ja, ja Die Treppe rechts Die solltest du benutzen Damit kannst du Ja, ja, ich weiß Ja, ja, du hast ihn los, mein Bester Ich wünsche dir viel Glück Danke Was meint er jetzt schon wieder? Verdammte Scheiße, Mann Der will jetzt hier rechts von dir Dahin will er fahren Pass auf, ja? Lügst du oder sagst du die Wahrheit? Warum soll ich lügen, mein Bester? Ich will dir nur helfen, Mann Wieso kommst du mir zu? Ich versuch dir jetzt zu helfen Ich versuch dir ein Comeback zu starten Du machst mir so? Okay, dann helf ich dir halt nicht Ich vertraue dir, ich vertraue dir Okay, dann ist gut Dann ist gut, mein Bester So, es geht los Eins Zwei Drei Let's go Moment mal Oh, verdammte Scheiße Es wird spannend Es wird spannend Oh, okay 1,3 Millionen Das könnte jetzt was werden 1,3 Millionen Oh, verdammte Scheiße Er hat den Oh, 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 nein Er hat den geholt Vier, vier wieder Vier, vier Verdammte Scheiße, Mann Es wird spannend So, positionier dich Es steht vier, vier Bei drei geht's los Und drei Let's go Oh, er hatte keinen guten Start Er hatte keinen guten Start Oh, rückwärts gerade Rückwärts gerade Oh, schade Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hoffe, er hat es nicht geschafft Oh, schade Schade, schade, schade 5 zu 4 steht es Matchball für den Rucksack-Router Rucksack-Schwärtslutscher Jetzt hören wir zu, mein Bester Mach am Anfang keine Reifen durchdrehen Einfach Vollgas Sobald's losgeht Einfach drauf Und bevor ich drei mache Bevor ich drei sage Kannst du schon ein bisschen Feuer drücken Ich mache Ich halte ein Auge zu, okay? Ja, okay, okay Okay, mein Bester Alter, er meinte Er meinte, er meinte Er meinte, keine Ahnung Dass er kurz vor dem Verlieren ist Und er weiß nicht mehr, was er machen soll Du hast die, Mann Du hast die, Mann Let's go Bruder, jetzt muss ich machen Okay, es geht los Eins Zwei 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 Drei Oh, verdammte Scheiße Er hat den genommen Er hat den genommen Sauber Arbeit, mein Bester Sauber Arbeit Er meinte, zweit Sammo Nein, Bruder, da hast du dich verhört Nein, Bruder Warum soll ich die... Er ist bei zwei losgefahren Nein, ist er nicht Ich habe doch genau zugeschaut Bruder, ich habe gesehen, aber... Was denn, ich habe doch genau zugeschaut, mein Bester Also, mein Bester Das kann ich dich ein zweites Mal bringen Sonst fällt das Ganze auf Der Schwindel fliegt dann auf Jetzt musst du eine Runde selber holen, ja? Ja, okay Okay, mein Bester Wie steht es nochmal, wie steht es nochmal Er steht jetzt, äh... 5 zu 5 Verdammte Scheiße, er hat Motivation getankt Er ist jetzt voll drin Mach dich gefasst Ich weiß Passt jetzt auf, Mann Mach nicht 6 zu 5 Darfst du eine Motivation, wo fühlt der Gang? Ja, das würde ich auch sagen So Ach, Mann, ich versuche dir zu helfen Ich bin hier Dinger manipulieren Du kannst nichts sagen Du bist ein richtig nützloser Nein, nein, nein Zeig mir jetzt, was du drauf hast Ja, oder? Du hast ihn, du hast ihn Er ist kurz vorm Ende Du hast ihn, du hast ihn So, es geht los 1, 2, 3 Let's go Matchball, matchball, matchball 6 zu 5, 6 zu 5 Wird der gewinnen Er steht 6 zu 5 Wird das das Finale sein? Wird das entscheidende Punkt sein Für den Rucksack-Schwanni Oh, er hat ihn Oh, jetzt eine Umdrehung Oh, verdammte Scheiße Verdammte Scheiße Verdammte Scheiße Es wird spannend Es wird spannend Oh, er hat ihn Er hat ihn Er hat ihn Langsam, langsam Aber sich hat ihn Oh, verdammte Scheiße Jetzt wird die Reifen pflücken Jetzt wird es sehr spannend Jetzt wird es sehr, sehr spannend Ich brauche es verloren, mein Bestand Nein, nein Wer wird gewinnen? Okay Stoppen Stoppen Ihr geht wieder nochmal zurück An eure Linie So, noch ein Versuch Wir machen es jetzt noch spannender, Jungs Ihr werdet jetzt Rückwärts fahren Ihr werdet rückwärts euch zueinander positionieren Und so werdet ihr jetzt fahren Eins Zwei Drei Let's go Verdammte Scheiße Jetzt hast du ihn Jetzt hast du ihn Ah, du Idiot Oh, er hat ihn Er hat ihn Er hat ihn 6-6 Verdammte Scheiße, Mann Fest gehabt, leider Bring euch in Position Es steht 6-6 Das könnte jetzt lustig werden So, es geht bei drei los Eins Zwei Drei Let's go Jetzt geht's ab Ah, Mann Da konnte man Oh, verdammte Scheiße Oh, er hat einen großen Vorteil jetzt Ach ja, wenn ihr runterfliegt Der Erste, der runterfliegt Hat direkt einen Punkt verloren Also, wenn ihr vom Moped runterfällt Oh, verdammte Scheiße Du bist so ein Nichtsnutzer, Grüne Alter, zwei Platte Und du verkackst es trotzdem Oh, shit Oh, verdammte Scheiße Er hat ihn Er hat ihn Oh Oh mein Gott Was ein Idiot Er hat gar nichts Er ist so dumm Du nutzloses Stück Scheiße 7-6 Hä, wie bist du da Nicht runtergeflogen, Digga Ja, hoff zu heulern Na, mach deine Arbeit richtig Ja, scheiße Noch ein Roller Und mach mal diesen Müll hier weg 7-6 Matchball für den Roten 1 2 Und 3 Let's go So Oh Ich glaub, das ist das Ende Oh, verdammte Scheiße, Mann Man hat doch sein Ende 7-7 Was ist das für ein Scheiß Positioniert euch Auf 3 1 2 3 Let's go Oh, verdammte Scheiße Bein runtergeflogen Runde ist ungültig Ich stehe 7-7 Positioniert euch 1, 2, 3 Let's go Oh, er hat ihn Er hat ihn Freien Flug nach unten Mein Becker, sie lässt sich ja nichts anbrennen 8-7 für dich So, Matchball für den Grünen Das könnte jetzt endlich das Ende bedeuten 3-3 geht's los 1, 2, 3 Und let's go Ich hoffe, das hat jetzt ein Ende Bruder, woher wir sind Egal, ihr macht mit dem Plattenreifen weiter Scheiß auf Das ist ein Modder Scheiß auf Macht weiter Ihr habt beide Plattenreifen Passt Ah, du Idiot, Alter 8-8 So, wir machen es jetzt anders, Bruder Gib immer zwei Fahrzeuge, die sehr schnell sind Verdammt schnelle Fahrzeuge Der hat das hier tatsächlich Ich zeige dir das kurz Ja, okay, okay, nimm den Nimm den Du kannst mit dem Boost halt den einen auf einen Schlag raus tippen Aber du kannst auch dich selber damit ziehen 8-8 steht es Positioniert euch 1, 2, 3 Let's go Alter, was war das denn? Okay, das war ein eindeliges 9-8 Für den Grünen So, mein Bester Das war wohl nichts, was war mit dem Boost? Scheiße, Mann So Matchball für den Grünen 9-8 Bei 10 sind alle schon die guten Dinge, die zu Ende gehen So 1, 2, 3 Let's go Er ist halt auch selber runtergeflogen, ne? Als ungültige Runde Okay Immer noch 9-8 Macht euch bereit 1, 2, 3 Let's go Wiederholung Zählt nicht, beide da draußen So 9-8 Für den Grünen Bei 3 geht es los 1, 2, 3 Let's go Wiederholung 1 1 2 3 Let's go Okay, Mann Wir haben es endlich geschafft Verdammte Scheiße 10-8 Für den Grünen Und der Grüne hat gewonnen So, ich gebe mir die 1,5 Millionen Ich überweise die auf die Bank Okay, ich überweise die auf die Bank Das war ein guter Spiel gewesen, Brüdi Ja, ja, korrekt So, mein Bester Der Grüne Verdurfte mal kurz Der Grüne Du hast 1,5 Millionen gewonnen, mein Bester War ein spannendes Match Ja Und so weiter Etc, etc Grüner Du hast 1,5 Millionen gewonnen Herzlichen Glückwunsch Danke, danke Ich habe eine Frage an dich Ja, Frage Willst du die 1,5 Millionen für dich selber haben Oder willst du halbe halbe machen mit ihm? Für mich selber Für dich selber? Ja, okay Korrekt, korrekt Danke, Jan Danke auf jeden Fall für euch Was du dir Zeit genommen hast, Samo Danke, recht Es tut mir leid Samo ist manchmal ungerecht Deswegen, du kriegst gar nichts Ich gebe dir die 1,5 Millionen Komm mit Bester Mann, Bruder Ist mir scheißegal, Bruder Ich kann sagen, kein Geld geben Ist mir scheißegal Scheiß auf die Hände Scheiß auf das Spiel, Alter Samo macht das, was er will Teilen muss man mein Bester Beste, was ist das für ein Wunder Und er sagt einfach, ich will für mich selber Meine Scheiße lutschen Da muss Da hast du aber schlöden Gang Scheiß auf den, Alter Ich gebe dir gar nichts Aber ich bin so korrekt Ich teile für ihn auch Bro, was ist das Lala Und er sagt, ich will mich selber Was ist ein Geier Der kriegt nix Nix kriegt der Ist mir scheißegal, Alter Was ist das Was ist das für eine Antwort Auf so eine Antwort, Alter So einen Geier kann ich nichts geben Naik, bist du damit einverstanden? Bro, das ist dein Event Alles gut, mach wie du willst Okay Bist du auf meiner Seite Oder denkst du, das ist falsch? Ich weiß nicht Also wir haben halt eine Stunde jetzt gekämpft Soll ich meine Meinung sagen? Ja gut, aber Er hat den größten Ding verloren, ne? Er hat den größten Also das größte hat er verloren Mit deinem Charakter Verstehst du, was ich meine? Nein, Bruder Ich hätte Abflug, nein Nein, nein Der provoziert, Digga Ey, der provoziert, Digga Ehrlich Abflug So, mein Bester Ich gebe dir jetzt 1,5 Lohn Komm mit So Willst du die 1,5 Lohn für dich selber haben Oder willst du halbe halbe machen? Ich gebe ihm sogar alles Wenn er möchte Ja, okay Hol mir den anderen Ey Grüner, komm her Ich habe ihn gefragt Ob er dir was geben möchte Er meinte sogar Du könntest alles haben Was willst du? Willst du alles haben? Nein, nein Alles gut, Digga Sicher? War unkorrekt von mir Nein, nein Entschuldigung Nein, komm Du kriegst die 1,5 Millionen Was wollt ihr machen? Also kannst du ihm auch alles geben Also ich spiele halt nicht so oft hier Wie du, glaube ich Deswegen Egal, mach Hälfte Hälfte, Hälfte Hälfte, Hälfte Ich gebe dem Ich gebe dem Grün einfach die 1,5 Millionen Aber Du hast den Hauptkampf gewonnen, Mann Er hat mit seinem Charakter verloren Okay Ich gebe dem Grün jetzt alles einfach Scheiß drauf Okay Ich wünsche dir viel Glück mit dem Geld Ja Was gönnst du damit? Ich weiß nicht Auto Willst du, willst du Hälfte? Nein, nein, Bruder Ich will eigentlich nicht Komm Ich gebe dir das Geld 47 1,5 1,2,3 Hast du es bekommen, ja? Hast du es bekommen? Hast du das Geld bekommen? Ich habe das Geld nicht bekommen Du musst es bekommen haben Hast du, hast du, hast du Ja, was ist denn jetzt? Hast du das Geld bekommen? Wie? Hat er, hat er, hat er Sag mal, der hat bekommen Okay, mein Best Komm mit, Neid Ja Hast du gesehen, was das für eine H*** war? Wie unlackbar der war? Ja, ja, klar Gib dem anderen Mann auch 1,5 Millionen Ja, okay Ich würde sogar noch mehr filmen, wenn wir das Geld wieder zurücknehmen von dem Aber geht ja nicht mehr Ja, warte, komm mal mit Was denn? Ich mache auf Dreckig Dass er sich jetzt freut Ich mache über Datenbank Nehme ich ihm das weg Nehme ich das Geld weg Nehme ich das Geld weg Nehme ich das, gib dem anderen Du hast dich gesehen, was das für eine H*** war? Wie unlackbar der war Ja Einfach so Ja, ja Pass auf Jetzt soll er sich noch freuen Ich nehme ihn über Datenbank weg Dann hat er gar nichts mehr Dann gebe ich jetzt den anderen Ist klar? Okay, versprochen Versprochen Okay Mann, ich verlasse mich auf dich Ich bin schlafen Hau rein, hat mich gefreut Gute Nacht, schlaf gut Hau rein, mein Best Ciao, ciao Nimm den alles weg auch, ne Das, was er sonst privat hat Mach ich Okay, mein Best Hau rein Hau rein Bruder, ich habe es schon vorher gemerkt Ich ahne sowas Ich wusste, dass das so einer ist Deswegen wollte ich ihm auch nichts geben Bruder, jemand, der korrekt wird Der wird sagen Bruder, ich wollte mir das und das kaufen Dies, das und so Aber wenn er so sagt Ne, ich will dir gar nichts geben Dies, das So auf Geier-mäßig Dann merkst du halt nicht relativ Dass er nicht so einen guten Charakter besitzt Dass er sehr, sehr materialistisch ist Und so weiter Es ist nur ein Spiel, ja Aber wenn er im Spiel ein Geier ist Ist er auch im Real Life ein Geier meistens Das überträgt sich Ihr könnt so viel RPG spielen Wie ihr wollt Auf eine Art und Weise Er überträgt sich das Nur wenn du ein Schauspieler bist Kannst du das vielleicht Auf eine Art und Weise Ein bisschen auseinanderhalten Aber ihr seid keine Schauspieler in RP Wenn ihr Schauspieler wärt Etc Dann würdet ihr kein RP machen RP ist Schauspieler für Arme